Hallihallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück auf meinen Kanal. Ich habe ja letzte Woche ausnahmsweise mal kein Video online gestellt. Es kamen davor so viele Videos knapp hintereinander online, dass ich mir dachte, es ist durchaus okay, wenn ich mal einen Samstag aussetze. Und ich habe mir dann auch leichter getan, denn es ist momentan einfach viel los, zwecks Einwintern und der Herbst ist da und die Tiere müssen in den Stall. Und für alle, die mich schon länger verfolgen, die wissen ja, dass ich doch einige Tiere habe. Und heute bin ich aber wieder mit einem neuen Video für euch da. Es geht um die Douglas-Box aus dem Oktober. Jetzt bin ich fast ein bisschen spät dran, denn die kam ja schon letzte Woche raus. Und für alle, die am Nachmittag bestellt haben, die haben sie dann eigentlich erst am Montag erhalten. Also bei mir war es so, dass ich sie jetzt erst am Montag bekommen habe. Und somit denke ich, dass es schon noch in Ordnung ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch viel Spaß beim Unboxing der Douglas-Box aus dem Oktober. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich war zuerst nicht hundertprozentig davon überzeugt, ob ich mir die Box überhaupt kaufen sollte. Ich habe mich sehr fürs Hauptprodukt interessiert. Das war es ja eigentlich auch der ausschlaggebende Grund sein sollte, dass man sich die Douglas-Box bestellt. Mich haben aber die ganzen anderen Proben leider gar nicht interessiert. Und deswegen war ich etwas zwiegespalten, denn normalerweise entscheide ich halt nach dem Hauptprodukt. Und wenn mir die ganzen kleinen Proben gefallen, ist es natürlich mega. Und wenn ich davon wenigstens eine haben will, ist es schon mal toll. Aber das war dieses Mal nicht der Fall. Auf jeden Fall, das Hauptprodukt fand ich dann doch so klasse, dass ich zugeschlagen habe. Und zwar von Lancaster ist das ein Mietzellenreinigungsgel. Da war ich mega gespannt drauf. Ich habe ja momentan ein Reinigungsgel von Origins, und zwar aus dieser Ginseng-Reihe in Verwendung. Und mir ist das fast einen Dicken zu aggressiv, weil das nämlich lauter diese kleinen Peeling-Körnchen drinnen hat. Also ich peele jetzt auch jedes Mal mein Gesicht, wenn ich es wasche. Und täglich ist mir das fast etwas too much. Und deswegen dachte ich, ist das gar nicht so schlecht, wenn ich das jetzt mal ausprobieren kann. Weil vielleicht taugt mir das auch besser. Auf jeden Fall, das verspricht jetzt, dass es für normale bis Mischhaut ist. Das ist jetzt nicht so optimal für mich, denn eigentlich habe ich ja trockene Haut. Und es schmilzt bei der Anwendung, entfernt Make-up und klärt die Haut. Und man kann es eben auch bei geschlossenen Augen über das Gesicht verteilen und mit klarem Wasser abspülen. Ist jetzt nicht so hundertprozentig, wie gesagt, für meine Haut geeignet. Aber ich denke mir, wenn ich sonst bei der Pflege und so weiter auf die trockene Haut eingehe, muss das nicht unbedingt bei der Reinigung auch der Fall sein. Und deswegen bin ich mega gespannt, das auszuprobieren. Das nächste Produkt ist ein Produkt, mit dem, glaube ich, niemand so wirklich etwas anfangen kann. Und ich muss sagen, auch ich bin sehr skeptisch, was ich wirklich damit tun soll. Und zwar handelt es sich um diese Shower Tubs von Wald 7. Das ist jetzt die Richtung Relaxing Rose. Und bei diesen Tubs ist es so, dass man die auf den Boden der Dusche legt. Man duscht sich und dann soll sich ein toller Duft entfalten. Und ich weiß nicht, ob das auch irgendetwas bewirken soll. Ich glaube nämlich nicht. Das soll einfach die Dusche in eine Wohlfühloase verwandeln. Ich habe es, wie ihr sehen könnt, nicht ausprobiert, weil ich habe es eben noch original verpackt. Aber da wir eine Regenwalddusche haben, möchte ich es ausprobieren. Und ich bin extrem gespannt darauf, ob es genauso seltsam ist, wie jetzt die Anwendung klingt. Dann zwei relativ ähnliche Produkte. Das erste bin ich kein Fan davon. Ich mag den Duft nicht. Ich mag keinen der Düfte. Es geht um Narciso Rodriguez. Ich weiß, total viele stehen drauf. Ich persönlich mag den Geruch einfach nicht so gerne. Es handelt sich hier um eine Bodylotion. 75 Milliliter sind drinnen. Ich packe euch die natürlich auch voll gerne aus. So sieht das dann außerhalb der Verpackung aus. Ich gebe das meiner Tante weiter. Die freut sich riesig. Die mag das auch total gerne. Und es riecht typisch nach Narciso Rodriguez und deswegen für mich absolut nicht zu gebrauchen. Dann noch einmal eine Bodylotion. Mit der bin ich aber besser zufrieden. Und freuen ist falsch, weil ich mag diese ganzen parfümierten Bodylotions ohnehin nicht so gerne. Aber ich finde es total okay. Und zwar ist es von Hugo Boss. Ehe aus der neuen Duftlinie. Das The Sand For Her. Das For Him verwendet mein Freund öfter. Und das finde ich angenehm. Und auch das For Her hat wirklich einen tollen Geruch. Den mag ich total gerne. Nur als Bodylotion glaube ich, dass es mir fast ein wenig zu viel des Guten ist. Nichtsdestotrotz, hier sind 50ml enthalten. Und das ist eine Probe, die ich doch verwenden werde. Und das letzte Produkt war anscheinend auch schon mal als Beigabe ab einem gewissen Bestellwert von Douglas mitgegeben worden. Jetzt ist es in der Douglas Box drinnen. Und zwar ist es von Wett eine Bürste. Das ist eine Mini-Bürste. Ich zeige euch das, dass ihr das sehen könnt. Die passt also in meine Handfläche. Oder ist kleiner als meine Handfläche. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das verwenden werde. Da ist ja so ein Ringel dabei, dass man es sich auf den Schlüsselanhänger tun kann. Das mache ich bestimmt nicht, weil das finde ich ekelhaft. Weil mein Schlüsselanhänger ist wirklich immer und überall mit dabei. Und dann ist auf der Bürste auch alles mögliche oben. Das fällt für mich aus. Wo ich es mir aber vielleicht vorstellen könnte, wäre für Urlaub fahren. Aber auch da denke ich, dass es dann einfach in Summe zu wenig und zu klein ist. Ja, das war es auch schon wieder mit dem Inhalt der Douglas Box. Ich muss sagen, das Hauptprodukt war top oder ist top. Die anderen Produkte waren so nicht zu 100%ig meines. Aber es ging für mich schon noch okay. Dann komme ich noch zur Verlosung aus meinem Video mit dem Essen-Sortiment-Update für den Herbst-Winter 2017. Zu allernächst möchte ich mich entschuldigen, dass ich dich noch nicht gegrüßt habe. Hallo liebe Dörtelbauer. Ich grüße dich ganz, ganz lieb. Aber meine letzten Videos waren alle schon vorgedreht und da hatte ich dann einfach nicht mehr die Möglichkeit, das irgendwo einzufügen. Also fühl dich ganz, ganz lieb von mir gedrückt. Und zum anderen muss noch die Gewinnerin gezogen werden. Es haben dieses Mal wieder weniger mitgemacht. Aber ums größer ist für euch natürlich die Gewinnchance. Und ich möchte gar nicht lang herumreden, sondern ich ziehe die Gewinnerin von dem Essens-Paket, das dann an euch geht. So, es ist soweit und gewonnen hat die liebe Rafika. Ich freue mich total, denn ich weiß, dass du total oft bei mir vorbeischaust. Du dir sicher fast jedes Video von mir anschaust. Deswegen hast du voll verdient gewonnen. Bitte lass mir deine Adresse und alles Weitere zukommen. Du kannst es bei E-Mail machen, du kannst dich bei Instagram melden oder du kannst dich auch bei YouTube melden, ganz wie du möchtest. Und ich lasse dir dann den Gewinn zukommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei meinem Unboxing. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen superschönen Tag. Tschüss. Schüss. Tschüss. 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 Spannendeorrhoaden. Schuss. 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 Vielen Dank.